Wie so oft herrscht Angst und Schrecken in der Helium Community, vor allem bei den Besitzern von einem Bobcat Miner. Grund dafür ist eine Aussage aus dem offiziellen Helium Discord Server von einem Developer. Und zwar hat er da gesprochen, dass das Mining Einfluss haben wird, also das Update, auf alle, die 1 GB RAM haben oder weniger. Und wenn man sich da die Spezifikationen von Bobcat anschaut, dann sieht man da, dass der Bobcat Miner mit einigen GB DDR3 RAM ausgeliefert wird. Was das für euch bedeutet, ihr Bobcat Besitzer und außerdem, wie ihr anscheinend mit einem sehr einfachen Trick eure Mining Rewards erhöhen könnt, schauen wir uns in diesem Video an. Davor aber wie immer der Hinweis, das ist alles meine persönliche Meinung, keine Finanzberater und wer von euch sagt, hey, ich habe Geduld, was Helium angeht, ich glaube da long term daran. März 2022 ist das neue Datum, wann Links dort Miner verschickt werden, wenn man den Link in der Beschreibung nutzt. Und dann bekommt man on top dazu 3% Rabatt und kann auch noch per Kreditkarte das Ganze bezahlen. Wie ihr sehen könnt, aktuell immer noch Stabilitätsprobleme, was das Helium Network angeht. Leider, leider sind die Developer aktuell fleißig am Arbeiten, haben sich auch auf Discord entschuldigt für die ganzen Probleme der letzten paar Tage. Nichtsdestotrotz bleibt die Tatsache, dass Helium, man eigentlich jeden Tag, wenn man aufwacht, man sich aufs Neue fragen muss, okay, werde ich heute überhaupt etwas bekommen oder nicht. Also das ist leider sehr ärgerlich für alle, die aktuell in der Helium Blockchain sind. Wobei ich habe das Gefühl, die meisten sind da wirklich sehr herzlich und offen den Developern gegenüber. Nichtsdestotrotz ist natürlich für den langfristigen Erfolg von Helium wichtig, dass die Uptime von der Blockchain annähernd 90% ist. Und langsam nähern wir uns den 98% tatsächlich. Wenn wir uns die Datasheets anschauen von den anderen Minern, die es da draußen gibt, dann sehen wir, dass SenseCab 2, 4, 8 GB, ich weiß nicht, ob das verschiedene Versionen sind, an RAM haben. Auf jeden Fall mehr als 1 GB. Man kann im Zweifel im Dashboard bei SenseCab anschauen, wie viel vom Arbeitsspeicher aktuell ausgenutzt wird. Syncrobit wird ausgeliefert mit 1 bis 8 GB. Sieht also auch gut aus. R.A.K. 2 GB on Board. Die neuen Versionen, die sofort ausverkauften, teilweise sogar Goldminer, die kommen entweder mit 4 oder 8 GB RAM daher. Und Nebra kommt auch mit 1 GB daher. Bewegt sich also in einem ähnlichen Segment, wie im gleichen Segment wie Bobcatminer. Und da gab es auch schon auf Reddit den ein oder anderen Thread, wo die Leute gesagt haben, dass sie sich Sorgen machen. Ja, we are effed for sure, hat einer gesagt. Aber ich kann euch alle beruhigen, die einen Bobcatminer da draußen haben. Helium hat gesagt, vielleicht haben wir das ein bisschen, wir haben ein bisschen zu viele Sorgen verursacht, als wir sollten. Bobcat will continue to be supported forever, also für immer und ewig. Und wahrscheinlich müssen da die Developer einfach nur für alle Miner, die über nur 1 GB RAM verfügen, in Anführungszeichen, einfach nur ein bisschen andere Firmware einsetzen. Aber grundsätzlich, nur wenn man jetzt einen Miner hat, der nur 1 GB Arbeitsspeicher hat, heißt das nicht, dass man sich jetzt in die Hose machen muss. Also alles cool. Ansonsten, ich habe vorhin von einem erstaunlich einfachen Trick erzählt. Und mich würde es interessieren, wer von euch einen Bobcatminer hat, dessen Antenne einfach nur auf einem Möbelstück steht, zum Beispiel probiert es vielleicht mal aus. Also ich übernehme da keine Verantwortung dafür, was auch immer da passiert mit euren Rewards. Aber anscheinend, wenn man es auf eine leere Brotdose stellt aus Metall, dann bekommt man mehr Rewards. Kann natürlich auch nur Zufall sein, dieser Trick, dass danach mehr Rewards reingekommen sind. Vielleicht sorgt aber das Ganze dafür, dass die Strahlen von der Antenne nicht so sehr auf den Boden gerichtet werden, wo ja keine Rewards sind, sondern mehr in die Umgebung. Wenn einer von euch ein Funkexperte ist und sich gerade kringelt vor Lachen, dann möchte ich mich dafür entschuldigen. Aber ich glaube, die meisten von euch da draußen, die nutzen jeden möglichen Vorteil, den sie bekommen können, wenn es um die Healy Rewards geht. Darum probiert es mal aus, auf eigener Gefahr natürlich und dann schauen wir, was da passiert. Schreibt es mir in die Kommentare und auf Hotspotty gibt es auch die Möglichkeit, dass man sich anschauen kann, wie sich die Transmit Scale zum Beispiel verändert, wenn man den Hotspot um ein paar Meter verschiebt, was noch im Toleranzbereich von Helium ist. Link zu Hotspotty findet ihr natürlich auch in der Beschreibung von diesem Video. Und damit kommen wir auch schon zum Giveaway. Demnächst wahrscheinlich bald in Form von Helium. Darum Litecoin und Helium Adresse hinterlassen in den Kommentaren für die Zukunft. Und wen haben wir denn da? Danke für die Videos. Genau zu diesem Thema habe ich die letzten Tage gesucht. Okay, also leider habe ich ja gesagt, ich brauche eine Helium Adresse und eine Litecoin Adresse, weil das mit dem Helium dauert ein bisschen. Ich habe gesehen, heute an meinem Binats Account kann ich die mittlerweile empfangen. Tatsächlich sind sie aber noch nicht drauf, deshalb erstmal in Helium. Jetzt in Kryptowährungen zu investieren, sollte auf der Liste von jedem Mann stehen. In zwei bis drei Jahren werden sie von Entscheidungen getroffen haben. Erstaunt sein. Ja, das ist eine Aussage, die man so unterschreiben kann, aber natürlich mit einem großen Risiko verbunden. Bin gespannt, ob das was bringt. Marco, vielen Dank für deinen Kommentar. Tut mir leid, dass es leider nicht geklappt hat. Ich brauche Helium Adresse und Litecoin Adresse. Oh Mann, irgendwie. Ich habe doch eigentlich gesagt, Litecoin und Helium Adresse. Mir ist auch gerade die Kontaktlinse verrutscht. Ich weiß nicht, ob ihr das merkt, wie nah ich an den Bildschirm ran muss. Ich versuche hier professionell das Ganze zu Ende zu bringen. Danke für das Infotiv-Video. Ich bin relativ neu dabei. Wie verhält es sich mit der zusätzlichen Outdoor-Antenne bei Gewitter? Gibt es da etwas zusätzlich zu beachten? Da kann man unter Umständen einen Blitzableiter installieren, kommt aber auf das Setup von deinem Haus an. Da gibt es keine pauschale Antwort. Da ich eigentlich nur eine Litecoin Adresse hier gefunden habe und auch nicht ewig lange hier nach einer weiteren Helium Adresse Ausschau halten möchte, küre ich einfach mal den lieben Michael zum Gewinner heute, ohne einen Cointoss durchzuführen. Michael, herzlichen Glückwunsch. Leute, demnächst, wie gesagt, sollte das Giveaway in Helium erfolgen. Deshalb Helium Adresse und Litecoin Adresse bitte, bitte, bitte verlinken, falls irgendwelche Probleme auftauchen beim Helium Network und das Empfangen von Helium ein bisschen länger dauert. Wie ihr seht, das passiert eigentlich die ganze Zeit. Deshalb Helium Adresse und Litecoin Adresse, wer auf der sicheren Seite sein möchte. Auf jeden Fall, wie immer, vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Alles in diesem Video, das ist meine persönliche Meinung und keine Finanzberatung. Abonniert den Kanal mit Glocke, um keine Videos zu verpassen und kommentiert außerdem mit eurer Litecoin und Helium Adresse, um beim Gewinnspiel teilzunehmen. Danke für die Aufmerksamkeit. Bis bald. Danke für die Aufmerksamkeit. Danke für die Aufmerksamkeit. Danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank.